Hallo Leute, zum kleinen Infovideo, wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es um Humble Bundle, diesmal von Square Enix. Ich fand es einfach nur erwähnenswert und was gibt es denn dieses Mal so an interessantem Scheiß? Ja, also für gar nichts, also für egal welchen Betrag ihr bezahlt, bekommt ihr Thief, die Goldene Edition, also das ist ein älteres Spiel glaube ich, dann etwas, was ich noch nie gehört habe, Daikatana oder hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, dann Mini Ninjas, oh ich freue mich, also ich schätze, dass ich es mir holen werde, deswegen freue ich mich. Dann Anachronox, was auch immer das ist und dann Hitman Codename 47 oder 47 oder 47, dann Hitman 2 Silent Assassin, dann wenn man mehr als der Durchschnitt bezahlt, was zu meinem Zeitpunkt 8,27 Dollar sind, was in Euro 6,14 Euro sind, ja doppelt gemoppelt hält besser, bekommt man auch Deus Ex Invisible War, Deus Ex The Fall, Hitman Absolution, Nostgoth Veteran Pack, ach ihr wisst, was ich meine, Battle Stations Midway und mehr kommt bald, was auch immer das bedeutet und dann, wenn man mehr als 14,99 US Dollar zahlt, was 11,14 Euro sind, also alles laut einem Währungsrechner, den ich im Internet gefunden habe, Währungsrechner-euro.com, bekommt man Deus Ex Humans Revolution Directors Cut, Just Cause 2, Lara Croft and the Guardian of Light, Deus Ex Game of the Year Edition und Kane und Lynch 2 Dog Days. Jo, ich wollte euch einfach mal informieren und dachte mir, ihr würdet euch vielleicht ganz darüber freuen, dass ich euch informiere und vielleicht spielt ihr es ja bald oder ich mal schauen, bis dann, ciao.